Herzlich willkommen im Stempelpalast. Heute möchte ich dir in ein paar Worten nur erklären, was ein Blockhop ist. Es gibt verschiedene Mädels, die sich zusammentun, um etwas bestimmtes Kreatives zu einem Thema zu machen. Zum Beispiel Techniken. Dann sagt man einen Technik-Blockhop und jede sucht sich eine Technik aus, die sie dann präsentiert. Das habe ich zum Beispiel auf meinem ersten Blockhop gemacht im Januar 2017 und habe euch dort die Murmeltechnik gezeigt. Wir haben uns dann in einem Forum getroffen und haben dort unsere Adressen von unseren Blogs ausgetauscht und haben die in eine Liste eingefügt und diese Liste dann an alle Mädels wiederum geschickt. Und nun kannst du davon profitieren. Du steigst bei mir auf dem Block ein und guckst dir den Blockhop an. Unten auf dem Blockhop schicke ich dich dann zu der nächsten Dame oder vielleicht zu dem nächsten Herren, die auch etwas Kreatives gemacht hat für diesen Blockhop. Und von dort aus hüpfst du wieder zum nächsten Block. Und so machst du Blockhop quasi immer dem Link folgen, den die Betreffende unten auf ihrem Block auf dem Post gesetzt hat zum nächsten Block. Und wenn alles vernünftig läuft, solltest du nach dem letzten Block vorne wieder ankommen, also quasi einmal rund gehüpft sein. Das ist dein Blockhop. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß dabei. Tschüss! Musik 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 Musik